Hey Jungs, ist jemand an einer Verabredung interessiert? Ja, ich mein Liebling. Eine Kutschwart im Central Park und ein Candlelight Dinner? Mit allem was dazu... Lassen wir das doch aus und kommen gleich zum Dessert, Baby. Für 15 Dollar? 15 Piepen? Ich geb dir ein Viertel Dollar dafür, dass Pedro an dein... Nein, muss sein gewohnt, würde ich nicht gleich unhöflich werden. Oh, entschuldige bitte. Wie wär's mit dir, Süßer? Hast du 15 Dollar? Dann blass ich dir ein. Da, Jens, ich so aus, als müsste ich dafür zahlen? Ja, ich denke schon. Wenn's das wert ist. Jimmy, Jimmy, ich weiß doch, du bist kein Schafrauf, Süßer. 15 Dollar und ich werd's dir so gut machen, dass du's nie vergisst, Baby. Hey, hey, hey. Kannst du da auch widerstehen? Das Geschäft ist doch... Was denkt ihr, Jungs? Soll sie es machen? Uns allen vier? Uns allen vier? Ja, vielleicht nicht. Einverstanden. Einvieren. Einvieren. Tja. Oh, shit, das ist alles, was noch da ist, Diane. Oh, ne Brötze. Verpiss dich. Los, Mädchen, sieh ab. Ich weiß, dass du bist. Hau ab. Bist du ein scheiß Junkie-Liebbrot? Siehst du, was draus wird? Weil wir grad von Junkies quatschen. Ist das nicht Pedros Mutter, die da drüben ihr Frischfleisch anbietet? Ich hab ein bisschen was zu bieten. Ja, ist sie doch. Hey, Pedro, wo willst du denn hin? Wieso musst du eigentlich ständig das große Arschloch spielen? Tja, wieso muss der Kleine denn so eine Show machen? Seine Mutter ist eine Nutte und sein Vater ist ein Penner. Das ist doch allgemein bekannt. Oh, Mann. Hey, wo willst denn du hin? Hey, Jim! Wir sehen uns beim Food fairych suits. Vielen Dank.